Mit der 18 Kevin Hanf, mit der 21 Gerdie Häusler und mit der 25 Möko Werner. Auf der Bank nehmen sie nächstes Platz, mit der 4 Philipp Zibriens, mit der 8 Philipp Sauer, mit der 11 André Herold, mit der 15 Philipp Eckstein. Dazu kommen noch mit der 6, wir schieben ihn ab, mit der 7 Marcel Dresse, die 19 war das Schiff, die 23 war die zu Rapski und die 27 war das Trauer und fürs Tor natürlich Markus Dons. Da sind sie, unsere richtige Verdammt für die Vorabendung hier als Rettung für die Schiffenkreise. Das war's für die Schiffenkreise. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, 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 ja!